So Leute, stellt euch vor, wir sind das Palawan und ihr seid alle nüchtern. Hände hoch, wer heute schon Yoga gemacht hat. Geh mal Tee holen, du bist schon wieder kränklig. Ein, zwei Tee und dir geht's wieder fein. Geh mal Tee holen und ich mein, wenn das nicht hilft, pack doch irgendwer rein.